Musik Willkommen bei Freunden. Am Fuße des Königs des Bayerwaldes liegt die Arbergemeinde Bayerisch Eisenstein. Mitten im Herzen des National- und Naturparks Bayerischer Wald besticht die Gemeinde mit einem einzigartigen Naturerlebnis. Und das zu jeder Jahreszeit. Bereits im 19. Jahrhundert kamen die ersten Gäste ins Eisensteinertal, um Erholung und Vergnügen zu finden. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Mehr als 100 Jahre Urlaubserfahrung prägen den staatlich anerkannten Luftkurort und das Wintersportzentrum am Großen Arber. Im Südosten Deutschlands gelegen erreichen Sie Bayerisch Eisenstein bequem mit Auto oder Bahn. Die Ankunft mit der Waldbahn am Grenzbahnhof in Bayerisch Eisenstein bietet bereits die ersten reizvollen Einblicke ins Urlaubsparadies am Fuße des höchsten Berges des Bayerischen Waldes, dem Großen Arber. Die Gäste, die mit der Waldbahn in Eisenstein eintreffen, haben nur einen kurzen Fußweg bis zur Touristinformation. Hier werden Sie von den Mitarbeitern herzlich willkommen geheißen. Sie versorgen Sie mit den nötigen Informationen über die verschiedenen Übernachtungsangebote bis hin zu den zahlreichen Ausflugszielen. Insgesamt 2000 Gästebetten stehen das ganze Jahr über in Bayerisch Eisenstein zur Verfügung. Bürgermeister Thomas Müller lässt es sich häufig nicht nehmen, die neuen Gäste persönlich in der Arbergemeinde zu begrüßen. felschrief und Maurik活ier felschrief, aber